Weil ich weiß, wo ich herkomme und weiß, wo ich hingehöre und weil ich der festen Überzeugung bin, dass nur wenn es eine gerechte Gesellschaft gibt, es auch eine prosperierende und starke Gesellschaft ist. Und alles, was Gesellschaft spaltet, ist daneben. Und deswegen bin ich nach wie vor, auch wenn ich manchmal in wenigen Augenblicken zweifle, überzeugt, dass die SPÖ die einzige Partei ist in diesem Land, die eine gerechte Gesellschaft gestalten kann.